Frau Schrader ist alleinerziehende Mutter. Sie ist berufstätig und kümmert sich um ihre Kinder. Nun wendet sich aber die älteste Tochter ab. Aber was ist der Grund dafür? Frau Schrader kann es nicht verstehen und auf den ersten Blick ist der Grund auch nicht nachvollziehbar. Offensichtlich gibt es aber einen Mann, der ein wenig Macht über das Kind gewonnen hat. Ist er nun gut für die Tochter oder ist er nun schlecht für die Tochter? Das Alter des Mädchens zeigt auf jeden Fall auf, dass Frau Schrader sich nicht umsonst Sorgen macht.